Nachdem ihr schon Einblicke in die Fertigung hier bei Recknagel und Erratec hattet und wir gesehen haben, wie tolle Produkte für die Praxis entstehen, muss man ganz ehrlich sagen. Weil das, was ihr baut, ist einfach für die Anwendung gemacht. Das ist nichts, wo ich irgendwie Angst haben muss. Selbst bei einer Montage, die so filigran aussieht wie die, die ist einfach für den harten, rauen Einsatz gemacht. Absolut. Soll sie auch benutzt werden, da legen wir großen Wert drauf. Wir freuen uns auch immer über Feedback von den Anwendern, wo wir weitere Verbesserungen vornehmen können. Aber in der Tat, jede unserer Montage hat Freigabe bis 50 BMG. Alle Erratec-Montagen sind nach Millspeck gefertigt. Und wir freuen uns auch, dass wir einige der großen Behörden nicht nur in Deutschland, sondern wirklich weltweit beliefern dürfen. Das kommt dann noch dazu. Bei euch heißt es in der Anwendung getestet, ja von Behörden getestet. Das heißt, es ist nichts, was auf dem Sportmarkt beginnt und dann vielleicht mal den Weg zu den Behörden finden, sondern ihr baut für die Behörden, für den rauen Einsatz. Richtig. Und wenn es sich da bewährt hat, findet es dann irgendwann auch den Weg auf den Sportschützen. Richtig. In der Tat ist es auch so, die beiden Produkte sind jetzt sogar schon die besten Beispiele dafür, dass wir für den behördlichen Anwender bauen und es dann in unser Standardportfolio aufnehmen, es dann in unseren Katalog kommt und dann irgendwann beim Händler landet. In der Regel ist es aber so, dass die allermeisten Produkte wirklich für den behördlichen Anwender konstruiert werden und erst im Nachgang dann für den Privat-User zur Verfügung stehen. Okay. Jetzt haben wir hier uns speziell ein Produkt rausgesucht. Richtig. Das haben wir uns auf der Messe schon kurz angeguckt, aber Messe ist ja immer doch, man kann nur einen kurzen Blick drauf werfen. Die Ultra Slam Leather Mount, die hat es mir damals auch angetan, wirklich wegen der schlanken Bauweise. Und ich habe gesagt, warum hat es bisher noch keiner in dieser Form so leicht, aber so robust umgesetzt und trotzdem so praktisch auch umgesetzt, so anwendbar umgesetzt. Magst du nochmal kurz auf die wichtigsten Features eingehen? Sehr gerne. Wir sind jetzt einfach auch schon wieder ein halbes Jahr weiter. Es ist eine Montage, die keine abstehenden Elemente hat. Wir haben weder auf dieser Seite hier abstehende Hebel noch, ich darf das kurz umdrehen, auf der anderen Seite, sondern wir gehen hier eben mit einem Klemmhebel, der komplett in die Montage integriert ist, hier über eine Sicherheitsklinke vor ungewolltem Öffnen praktisch sichert. Man kann es dann öffnen, abnehmen, draufsetzen, 100% wiederholgenau. Wir haben es auch wirklich unter härtesten Bedingungen getestet. Wir haben es versucht mit Absicht zu öffnen, also indem wir wirklich einen Gewehrriemen eingefädelt haben, indem wir Plate Carrier oder in verschiedene Molle-Systeme reingegangen sind und geschaut haben, kriegen wir das Ding irgendwie ungewollt geöffnet. Ich kann zwar die Klinke vielleicht entsperren, dann aber noch, vor allem wenn die Montage richtig eingestellt ist, hier diesen Hebel zu öffnen, ist praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Weil ich ja im Grunde zwei verschiedene Bewegungen habe, sprich das eine ist, die Achse zu entwickeln. Du musst zwei gegenläufige Bewegungen, es kann mit dem Gewehrriemen, wenn man es absolut provoziert, könnte es mal gelingen. Es ist uns aber nie beim Einsatz passiert. Wir haben es über mehrere Kurse hinaus oder über mehrere Kurse hinweg immer wieder getestet. Wir haben es am Plate Carrier getestet, wir haben es am Battle Rig getestet. Es ist nie vorgekommen. Großer Vorteil ist, man sieht das hier ganz schön an den Schlitzen, wenn man jetzt zum Beispiel an eine Scorpion oder an eine Brennen denkt, wo der Verschluss oben ist. Ich kann an der Seite nicht hängen bleiben. Ich kann mich auch sonst nirgendwo irgendwie verheddern. Ich habe eine extrem schlanke und leichte Bauweise und ich bin mit den Notvisieren voll kompatibel. Wir reden hier von einem Drittel lower. Das heißt, ich kann jede Standard AR-15-Site COVID-Niss-mäßig mit der Montage und dem Rotpunktgerät verwenden. Für welche Rotpunktgeräte steht es zur Verfügung? Wir haben jetzt hier in dem Fall einen Steiner MPS drauf. Es ist aber auch mit dem Aimpoint Micro bzw. dem Aimpoint Acro kompatibel. Darüber hinaus natürlich RMR Trichicon und auch Dr. bzw. Noblex. Auch darüber hatten wir auf der Messe schon mal gesprochen in zwei verschiedenen Bauhöhen. Das ist jetzt die hohe Bauhöhe, die eben ein Drittel lower ist. Wir haben auch noch eine niedrige Bauhöhe, die dann zum Beispiel für taktische Flinten oder aber auch für die Kaschi, für die Kalaschnikow mit unserer Picatinny-Schiene zum Beispiel anwendbar ist. Oder aber auch für den Jagdbereich, wenn man auf einem Jagdrepetierer eine Montage haben will, die man eben schnell wechseln kann, die aber trotzdem 100% wiederholgenau ist. Und die man sozusagen auch im Dunkeln bedienen kann, ohne Angst zu haben, dass man an irgendeinem Hebel hängen bleibt in der Hundeleine im Fernglasriemen oder oder oder. Habe ich tatsächlich auch mit meinem jagdlichen Hintergrund einer meiner ersten Gedanken zu sagen, das ist ja auch für den Hundeführer absolut praktisch. Weil dieses, du willst ja, also du musst ja durch den Dickicht, du hast die Leine im Zweifel dabei und du willst ja so schlank wie möglich aufgestellt sein mit deinem Equipment. Und da finde ich, Red Dot, finde ich, hat sich für mich damals als Hundeführer immer sehr bewährt, aber die Kombination mit so einer schlanken Montage ohne diesen abstehenden Hebel. Denn das war mir tatsächlich immer wichtig. Ich wollte die Ironsides haben, ich wollte aber auch einen Rotpunkt haben, was ich schnell runternehmen kann. Aber damals gab es eben dann nur diesen klobigen Hebel an der Seite und ich habe tatsächlich auch zweimal erlebt, dass mir irgendwann jemand sagt, ey, du hast da was verloren. Ja, wir haben sogar schon erlebt, dass Hundeführer es geschafft haben, in Eile des Gefekts Hebel abzureißen oder wirklich irgendwo halt beim Rennen an einem Stein irgendwo hängen geblieben sind, hingefallen sind. Und dann ist die ganze Montage kaputt. Oft merkt man es noch nicht mal und dann fängt am nächsten Tag die Suche nach dem teuren Rotpunkt an. Das soll alles der Vergangenheit angehören und ich glaube, dass wir da mit dieser Montage ein sehr großes Stück weitergekommen sind. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz angedeutet. Unten in der Fertigung sind jetzt die Ersten. Die erste Fertigung, das erste Slot geht auch geschlossen an die Behörde und von dort direkt in den Einsatz. Die nächste Charge ist dann direkt schon für unsere Händler, weil wir schon etliche Vorbestellungen haben, sodass wir hoffen, dass wir spätestens ab Mitte September voll lieferfähig sind in allen Bauhöhen und für alle Schnittstellen. Großartig. Ganz herzlichen Dank für die Einblicke. Dann kann ich euch nur sagen, geht mal auf eine Messe oder geht zu eurem Fachhändler und wenn die Montage dann da liegt, schaut sie euch mal an, weil ich bin mir sicher, ihr werdet begeistert sein, wenn ihr das erste Mal in den Händen haltet. Es ist für mich tatsächlich einfach ein Produkt aus der Praxis für die Praxis. Robust, einfach in der Handhabung, schlicht und sicher gegen Verlieren. Kino, danke fürs Feedback. Schaut es ihr euch gerne an, auch wenn ihr weitere Ideen habt oder sagt, das gefällt uns, das gefällt uns weniger. Wir freuen uns immer über jegliches Feedback. Nur so können wir besser werden. Was ich an dieser Stelle verraten darf, ist, wir denken im Moment schon über eine dritte Bauhöhe nach. Das ist das, was wir ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen haben. Auch hier wieder in erster Linie mit dem behördlichen Anwender im Hinterkopf, nämlich eine hohe Bauhöhe, wenn zum Beispiel Masken getragen werden müssen oder weitere Kommunikations-Gadgets, gerade für diesen neuen, ich nenne es mal den neuen Anschlag. Also wenn man eben nicht mehr den Sea-Grip und Turtleneck hat, sondern jetzt wirklich versucht, so aufrecht wie möglich zu stehen. Ja, gut zu hören. Super. Gerne. Ganz herzlichen Dank und wir sehen uns gleich wieder im nächsten Video, denn wir haben noch ein paar andere spannende Produkte, die wir uns genauer angucken wollen heute.